Aus dem Frühstück ein Glas Ursaft. Schön frisch gepresst. Zum Mittagessen eine Apfelschorle. Zum Abendessen ein Bier. Das zischt. Das Beste aus sechs Jahrzehnten. Das ist die. Die größte Zeit der Zeiten. Es wäre ein Fremden-Pfalz. Das ist die. Das ist die. Das ist eine Fremden-Pfalz. Momente. Oh, ist der, ne? Und jetzt werden wir weiter.